hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar heute mal wieder eine folge speedbuilders habe ich nämlich irgendwie immer wieder ziemlich bock drauf und ja was gibt es heute zu erzählen eine brezel twist sieht aus wie eine brezel ja leute ich habe heute mal wieder bock gehabt ein video in 1080p aufzunehmen von daher gibt es heute mal wieder ein video in 1080p zack zack wie hoch war denn das war das so ich glaube das ist nicht richtig doch es ist richtig ich dachte das wäre hier oben noch eins gewesen ok leute direkt erst mal wieder perfekt match wobei das war auch mega easy die haben richtig viele perfekt match schreibt auch jemand easy im chat ok so anscheinend ist irgendjemand noch nicht fertig der hier drüben glaube ich ne ansonsten sind alle fertig der drüben kriegt es nicht hin ok leute kann man machen kriegt er noch ein perfekt match nein ok dann fliegt nämlich jemand raus das ist ja gut ist bisschen gefällt schaut hier alle wobei der jetzt auch nicht okay der jetzt auch nicht der ist sogar raus lol alles klar leute ok scheiße was ist das denn ok ist aber eigentlich einfach ist eigentlich einfach einmal schauen ob ich das so hinkriegt leute scheiße so hier erstmal so einen grünen block hinstellen dann kommt da so gelb drauf ne zack 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 1 2 3 4 gelbe 1 2 3 4 gelbe nochmal so einen grünen block hinstellen zack 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 und da oben drauf jetzt nochmal so irgendwas bauen zack 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 das war easy das war easy leute kann man mal so sagen das war echt easy so ich habe das gefühl der shader ich habe den shader nicht rausgemacht warum ist er denn nicht drin der shader fehlt na ist mir gerade aufgefallen ich habe den nicht rausgemacht alles klar müssen wir ohne shader weiterspielen leute weil ich habe nämlich gerade gewundert warum die 1080p aufnahme scheiße rainbow fuck it rot orange gelb grün vielleicht ist in der rot orange gelb grün es ist sogar hier unten richtig angeordnet dann ist ja dann ist ja easy leute dann kann man ja hier im prinzip kaum was falsch machen außer man fällt hier runter so wie ich okay das ist eigentlich echt easy wenn es unten in der leiste richtig angeordnet ist und zack 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 ok perfekt match als zweiter obwohl ich am anfang ewig gebraucht habe hier erstmal so ein block hinzusetzen dann brauchen die leute dann um das zu bauen aber gut kein ding kann man machen ist auch leider nicht ganz fertig geworden schade schade das heißt die ist raus und dann sind wir schon mal wieder auf jeden fall auf dem dritten platz leute das ist schon mal sehr schön nice und nein was labe ich auf dem dritten platz was labe ich water okay einer steht hier und einer steht hier okay ein dorfbewohner hier eins zwei drei so zack 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 dann hier noch diese holz dinge drauf und dann noch hier ein schönes dach bauen sagt zack 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 ist falsch geil was habe ich falsch gemacht herr digga was habe ich falsch gemacht lol hat es auch so der dorfbewohner 1 warte nach vorne scheiße nein der hätte hier hingehört oh mein gott scheiße aber okay wir sind nicht raus wir sind nicht raus ah der hat das ganze eins versetzt gebaut ist natürlich richtig mies weil dann zählt das natürlich gar nicht und die outlines die hatten wir auch schon mal die hatten wir auch schon mal so pink lila grün und gelb und dann hier auch wieder das hier außen zack zack und zack 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 nice perfekt match gut hat noch jemand perfekt match sie hier und er hier aber bei könnte er noch schaffen könnte er noch schaffen wird aber glaube ich knapp schafft er glaube ich nicht mehr schafft er glaube ich nicht mehr oder doch hat auch noch perfekt match geschafft okay dann sind wir alle drei weiter ok der tree 1 2 3 4 können wir einfach schauen wie hoch das dann ist einfach das ganze holz hier hin klatschen ok dann zack 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 so war das glaube ich und hier war das auf jeden fall so irgendwie ich hoffe ich baue das jetzt halt auch richtig ne nein das gehört eins weiter runter scheiße leute hier verkack ich jetzt glaube ich hier verkack ich jetzt glaube ich zack 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 in jede ecke muss noch so ein fack blatt rein aber ich habe es scheiße nicht mehr geschafft fuck it der hier hat aber glaube ich weniger oder der hier hat glaube ich weniger scheiße bitte 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 ja sehr schön sehr schön sehr schön das heißt wir sind schon mal auf jeden fall wieder auf dem zweiten platz leute sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön den baum habe ich bisschen verkackt okay die dinge hier okay die ganzen köpfe da muss man sich natürlich merken wie die da drauf waren zack 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 warte warte ich mache erstmal hier den zaun hin machen dann direkt hier so die köpfe sonst blicke ich später nicht mehr durch 3 1 2 3 1 2 3 dann das mal schnell ausfüllen hallo zack so dann hier diese steps steps wahrscheinlich steps die slabs hin machen und dann noch ein ticker 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und noch diese verfickten köpfe nein nein scheiße ich habe die köpfe nicht mehr geschafft bei ihr sind die köpfe scheiße sie hat einen kopf mehr ne sie hat einen kopf mehr als ich scheiße verkackt verkackt leute verkackt scheiße diese einen dreckigen kopf hätte da noch hingehört es waren wir aber wenigstens auf dem zweiten platz leute gg dann auf jeden fall ja sie hat gewonnen lol was ist das das ist auch neu dass der gewinner so in der mitte steht und dann alle die noch in der lobby sind zuschauen bin nur noch ich aber gut gg auf jeden fall okay leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne daumen nach oben oder ein abo da würde mich freuen social media links wenn ihr vorbeischauen wollt alle unten in der video beschreibung dann sehen wir uns im nächsten video bis dahin ciao ciao